Willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute wieder ein Spiel gegen Berlin Lions. Wir haben dann unser Rechman offen. Wir haben im Hinspiel gegen die 1-1 gespielt. Wir wollen natürlich gegen jede Mannschaft gewinnen, deswegen schwieriges Spiel heute. Wir sind auch leider sehr dünn besetzt. Trainer ist nicht da, unser Kapitän Tim ist nicht da. Urgen fehlt. Haben einige Leute, die fehlen. Dafür haben wir heute einen neuen Niklas. Und von der Freizeit Piotr geht heute ins Tor, weil wir auch keinen Torwart haben. Weil Darren sie leider verletzt hat. Auch hier war gute Besserung. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare. Und ja. Wir machen hier. Ja, wir wollen wir Das war's für heute. Second post Paddy! Yeah, it's a good ball! It's a good one! Second post! Go! Easy, easy! Here we go! 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 Get there, Max! Go within! Stop! 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 Drop back, drop back! Come on! Come on! Come on! Come on! That is, you boys! Yeah! Look, 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 look! Look, look, look! Behind you Paddy! Take the door, take the door! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on, boys! Come on, boys! Honestly, you have to pick your players up, boys! Come on! Come on! Go! 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 You are too fast! Go! 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 Halt! 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 Zwei Taylor, was ist denn? Ja! Halt! 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 Oh, ja! Halt! Halt! Was haben Sie, wir haben ihn richtig clearly! Zwei abban! Zwei abban! Ja! Zwei abban! Zwei abban! Ja! 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 Komm an, guys! Machs, Mach, Teller. Komm an, boys! Come on! Max! Switch! 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 Mix! Mix! Oh yeah! In here Max! Follow him! Boys, wake the fuck up! Boys, you've got to make the full run with someone! Come on! Come on! Jienkis it! Jienkis! Jienkis! Ja, ja, du! Du gehst, du gehst! Go, go, go! Go, go, go! Komm, komm, komm! Komm, komm! Runter, runter, runter! Komm, rein, rein! Hör, hör, hör! Schick! Schick, schick, schick! Schick, schick, schick! Schick! Ey, ey! Boah, Leute... Komm, Tony! Komm, jesuf! Komm! Komm! Komm, juf! Komm, Niuf! Komm, komm! Komm, komm! Komm! Schnell! Warte! 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 Komm! 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 Wer, warte! Mit der Mann! Wie gut. Geh mal hin, Max! Das ist jetzt weg, was geht, weiter! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Du ihn, du ihn! Vamos, vamos! Vamos, disparaщ! Wie es eine gute Idee ist! Tja, knitzig! Hopp, hopp! Tja, knitzig! Der Flixi noch nur um, also ... Look at Zoom! Zoom! Take a touch, take a touch! Bah! Bah! Yeah! Oh! Weißt du, da hinten treibt da wen ich bin? Ja! Und da fragt das. Guck mal, was macht ihr? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Come on! No! Go, go! Go, go! Go, go! Go, 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 go! Way up! Go, go, go! Go, go! Auf geht's, auf geht's! Was für Upside? Los, Schatz! Das war's mit dem Video, ich mach das Outro heute von zu Hause, ich musste einen Tag repassieren lassen. Ich hab mich nicht fair genommen und da entschuldige ich mich auch von der Mannschaft. Ich bin direkt in die Kabine gegangen und hab meine Sachen gepackt und bin gegangen, weil wir da eine kleine Diskussion hatten, deswegen entschuldige ich mich hier nochmal bei der Mannschaft. Ich werd's natürlich auch noch persönlich machen. Wie die nächsten Spiele jetzt wären, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werden wir intern alles nochmal klären, ob ich die letzten Spiele noch spiele oder nicht. An sich haben wir 3-2 gewonnen, haben die Gegner besiegt, die wir noch besiegen wollten, weil wir wollten jede Mannschaft einmal schlagen aus der Liga und wollen die Saison noch gut zu Ende bringen. Ja, haben 3-0 schnell geführt und haben dann noch zwei Tore bekommen. Die waren halt sehr giftig, also Zweikampf, die haben alles reingeworfen, wussten wir aber von vornherein. Die waren noch sehr dünn besetzt, wir hatten natürlich nur zwei Auswechselspieler, ein Spieler, der noch nie bei uns gespielt hat, der erstmal reinkommen musste und Pato, der noch, sag ich mal, noch nicht zu 100% fit ist, musste auch von Anfang an spielen gegen eine Mannschaft, die sehr hart in die Zweikämpfe reingeht und ja, trotzdem drei Punkte, sind immer noch ungeschlagen und ich hoffe auch, dass wir es bis zu Ende der Saison so beibehalten. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wie ich schonmal gesagt habe, folgt mir gerne auch auf Twitch, da bin ich auch relativ jeden Tag live in dem Sinne wieder schauen und reingehauen.